Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Am Montag, den 15. Juni 2020, ist mir ein kleines Missgeschick passiert und das möchte ich euch zeigen. Ihr seht hier diese Cola Flasche, die war ganz voll gewesen, die habe ich frisch geöffnet. Dann habe ich daraus einen Schluck rausgetrunken und war gerade dabei die Flasche wieder zu verschließen, als sie mir aus irgendeinem Grund aus der Hand gefallen ist. Und dann ist sie erstmal mit Vollgas gegen den Boden geknallt. Und als sie auf den Boden geknallt ist, kam dann auf einmal so eine richtig heftige Cola Fontäne. Die hat erstmal die ganze Wohnung voll mit Cola gespritzt. Ihr seht hier so eine kleine Cola Pfütze. Da seht ihr hier überall so Cola Spritzer, das geht bis weit nach hinten. Hier seht ihr eine weitere Cola Pfütze, die sich gebildet hat. Aber nicht nur den Boden hat es erwischt, sondern auch die Couch. Ich zoome mal ein bisschen heran. Ihr seht ein bisschen, auf dem Couch ist auch gelandet und auch ein ganz kleines bisschen an der Wand. Aber das sieht man jetzt hier in dem Video nicht so. So, das war es jetzt auch wieder von mir. Ich hoffe euch hat dieses kurze Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, wartet noch. Ihr seht ihr Angst? Ich komme da dran. 压